Hallo Freunde, ich bin's Ellie Berlin von NullPositiv und ich freue mich euch heute mal einen kleinen Einblick in unser Drehset von Unvergessen zu bringen. Wir haben einen Anstieg bis zu mir und die Walzer werden reißen und die Läber uns nicht entschleißen. Wir haben es noch. Wir haben es noch. Du musst tief in eine Nürnste durch dieses Torbos Dunkel. Sieht gut aus? Ich habe nämlich gar nicht geguckt. Ich bin total beschissen. Wie immer. Ich bin total beschissen. Ich bin total beschissen.